Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen heute aus dem Plenarsaal des Bayerischen Landtags zu einer neuen Folge von Frag Fabian, in der es heute um die Frage vom Stefan aus München geht, der mir geschrieben hat, dass er in der Vergangenheit immer und immer wieder gelesen hat, es gäbe eine Art bayerischen Weg bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, an dem sich auch die anderen Bundesländer orientieren würden. Jetzt will der Stefan von mir wissen, was ist denn eure Strategie? Worin besteht denn dieser bayerische Weg? Ja, lieber Stefan, der bayerische Weg, das ist so ein bisschen zum geflügelten Wort geworden für die Corona-Strategie unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU. Und diese Strategie lässt sich ein gutes Stück weit überschreiben mit unserer Bayern-Gleichung für die Pandemie-Bewältigung, bestehend aus Vorsicht und Umsicht, aber in gleicher Weise auch aus Zuversicht. Was heißt das gespiegelt im Hinblick auf die Maßnahmen für die nächsten Monate, für den Weg unserer bayerischen Heimat und seiner Menschen durch diese Pandemie? Das heißt, dass zunächst noch einmal die Vorsicht dominiert, die Vorsicht im Hinblick auf die Entwicklung der Mutante, die derzeit aus England droht im Hinblick auf das Pandemie-Geschehen, die Vorsicht aber auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Zahlen. Denn für den Moment ist die Lage ja noch immer so, dass wir uns in einem diffusen Pandemie-Geschehen befinden, dass die Zahlen, die Inzidenzen also so hoch sind, dass die Gesundheitsämter derzeit nicht in der Lage sind, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Will heißen, wir wissen derzeit nicht, wer sich wann und wo mit Corona ansteckt. Um anschließend aber wieder eine Öffnungsperspektive haben zu können, brauchen wir genau dieses Wissen. Wir müssen mit anderen Worten also zunächst in dieser Phase der Vorsicht, für die wir den Lockdown jetzt noch einmal verlängern bis zum 14. Februar, dafür sorgen, dass die Zahlen so weit sinken, dass die Gesundheitsämter wieder die Infektionsketten nachvollziehen können, dass also wieder klar wird, wer steckt sich wann und wo an, um das dann bewerten zu können und schlussfolgern zu können, welche Branchen, welche Aktivitäten vielleicht weniger gefährlich sind als andere, um diese dann öffnen zu können. Erste Phase, erster Meilenstein unserer Strategie, also die Vorsicht. Zur Vorsicht hinzu kommt die Umsicht. Die Umsicht im Hinblick auf eine Art Bayern-Plan zum Exit. Die Frage also der Strategie, wie kommen wir aus all diesen Maßnahmen, die ja nicht um des Schließens willen veranlasst wurden, sondern mit der Idee, Corona zu kontrollieren, in den Griff zu bekommen, um dann wieder aufsperren zu können. Wie kommen wir aus dieser Phase des Lockdowns auch wieder hinaus? Das wird die Phase hoffentlich ab Mitte Februar sein, wenn wir dann bewerten können, wo Ansteckungsgestehen stattfindet, was vielleicht mit Hygienekonzepten hinterlegt, sicherere Branchen, sicherere Tätigkeiten sind, um dann verantwortungsbewusst in erste Öffnungen gehen zu können, ja wieder erste Schritte in Richtung Normalität, in Richtung Freiheit gehen zu können. Denn Wirtschaftshilfen sind gut und wir bieten in Bayern deutlich mehr Wirtschaftshilfen an. Wir nehmen unsere Unternehmen in unserer Heimat viel mehr huckepackt durch diese Krise als alle anderen Regionen auf dem Erdball. Aber der Anspruch von Wirtschaft und Gesellschaft muss es natürlich sein, nicht am Tropf des Staates durch die Krise geriert zu werden, sondern wieder ja selbst Geld verdienen, selbst der Tätigkeit nachgehen zu können. Zweite Phase nach der Vorsicht also, die Phase des Umsichtigen Zurückgehens in Richtung Normalität, in Richtung Freiheit für eine Phase des Lebens mit Corona, solange bis diese Pandemie dann final überwunden ist. Der dritte Aspekt unserer Bayern-Gleichung zur Bewältigung dieser Pandemie, der besteht in der Zuversicht. Und diese Zuversicht, die schöpfen wir einerseits aus dem Impfen, 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 aus der Idee also mit diesem rasant entwickelten Impfstoff diese Pandemie endgültig hinter uns lassen zu können und auch aus unserer bayerischen Therapiestrategie, die wir Regierungsfraktionen aus Freiwähle und CSU hier im Landtag auf den Weg gebracht haben, die Forschung mit einem Turbo versehen soll, Forschung, die schwere Verläufe abmildert, die im Idealfall Medikamente gegen Corona zu Tage bringen soll, so dass wir also nicht nur durch die Herdenimmunität, durch das Durchimpfen dieser Pandemie Herr werden, sondern auch die Chance haben, Menschen, die sich schon angesteckt haben, wesentlich besser zu behandeln als in der Vergangenheit, immer mit dem Ziel, Todesfälle zu verhindern, mit dem Ziel, schwere Verläufe abzumildern. Wenn das geschafft ist, wenn also entweder ein Medikament gegen Corona vorliegt oder die Durchimpfung so hoch ist, dass wir diese Pandemie hinter uns haben, dann sind wir endgültig nicht mehr im Leben mit Corona, sondern dann sind wir im Leben nach Corona. Dann gilt es, die Chancen aus der Krise zu nutzen, all das, was Corona als Brennglaseffekt an Fehlentwicklungen gezeigt hat, zu verbessern im Sinne von Reformen, im Sinne der Chancen in der Krise, im Sinne des Lernens aus dieser für uns alle so schwierigen Zeit. Unsere Beihangleichung also Vorsicht, Umsicht, Zuversicht, gespiegelt auf drei Phasen. Zunächst einmal mit Vorsicht noch den Lockdown verlängern bis zum 14. Februar. Dann hoffentlich, wenn die Zahlen das hergeben, mit Umsicht erste Schritte zurück in ein Leben mit Corona, zurück in Richtung Normalität und Freiheit und letzten Endes dann die finale Überwindung dieser Pandemie durch Impfen, durch Therapiestrategien, sodass dieser ganze Wahnsinn mal hinter uns bleibt und wir unser altes Leben zurückbekommen. Das ist in kurzen Worten skizziert die Bayern-Gleichung, ja die Corona-Strategie unserer Bayern-Koalition und in der Tat war es in der Vergangenheit so, dass wir oft mit ersten Schritten, die wir auf diesen Weg gegangen sind, und uns viel Kritik eingehandelt haben, dass sich aber leider meistens im Nachgang gezeigt hat, dass wir Recht hatten, ja dass die anderen Bundesländer sich dann mit einigen Wochen Verzug genau dieser Strategie angeschlossen haben. Deshalb denke ich schon sagen zu dürfen, dass wir in Bayern bislang sehr gut dafür gesorgt haben, dass unsere Heimat, dass die Menschen in unserem Land möglichst gut durch diese Krise kommen. So viel lieber Stefan zu deiner Frage und wenn ihr auch hier eine Frage habt, dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian.